Probieren wir zumindest noch einen dritten Weg rein. Also noch ein drittes Ende hoffentlich. Liquid Effekte? Es muss funktionieren. Ich meine, wir hatten schon so gute Erfahrungen mit der Invisibility-Pill. Oder dem Gerät, womit wir mehr oder weniger... Naja, wie soll man sagen? Ja. Ja, das ist erstaunlich ähnlich zu dem anderen Gerät, mit dem wir im Erdkern gelandet sind. Uns schrumpfen? Machen wir einen Ant-Man-Move? Oh. Ähm. Ja. Das ist nie so gut gelaufen. Jumble-Hop. Was? Vermutet, damit landen wir aber auch nur auf dem Dach. Falls. Falls wir irgendwo landen. Zwei Punkte Abzug? Hey! Wofür? Natürlich. Ich meine, wir waren schon einmal ganz unten, jetzt war halt einmal ganz oben. Natürlich. Spitzhacke. Hey, es hat immer noch für einen Security-Job hier erreicht, also. Schau. Schau. Hm. Natürlich haben die keine Munition. Wir werden sowieso das Teil am Ende nutzen müssen, glaube ich. Ja. Ich muss jemanden warnen. Ich muss jemanden warnen. Red... Äh, hallo? Retro-Raum. Hey, ich wollte aber in den Retro-Raum. Oh, eine Ocarina. Sehr schön. Also, abgesehen von den ganzen anderen Secrets, die auch hier sind. Sehr viele Nintendo-Secrets übrigens. Ja, Pokéball. Was kann denn schon schief gehen? Oh, Tim und Joe. Äh. Oh. Ähm. Schade. Mushroom? Na toll, jetzt passen wir nicht mehr durch die Wand. Lass mich raten, wir schaffen es nicht, den Diamant zu kriegen, ohne ihn kaputt zu machen. Wow. Oh, oh, doch. Verdammte Kanone. Oh, okay. Jetzt bereue ich es schon fast. Ich wollte die Korber noch mal ausprobieren. Du möchtest, du kommst an das. Ich bekomme Chaos-Retungen, eine 10.6. Das kommt vom Museum. Mein Gott. Es ist über neun. Ja, 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 sag es. Ich lasse diese Entscheidung auf dir, Korber. Ciao. Just hit one of those buttons, to deal with this pressing situation. Who's watching TV? Get back to work. Sorry, Chief. I'm going back in the office. Ah, ah, hmm. Ah, es könnte schon schief gehen. Oh. Ja, das ist echt ungünstig gelaufen. Ja. Satellit, was auch immer der Satellit macht. Ein riesiger Laser. Ein Super-Sane-Satellit? Okay. Taschenrechner. Oh, oh. Nein, nein. Mathematik hat uns zerstört. Zahnrad. Was auch immer wir damit machen. Okay. Ja. Los. Nein, wir haben den Diamanten nicht. Unser wichtigstes Ziel haben wir nicht erreicht. Ich nehme alles zurück. Just plain epic. Sehr schön. Ich würde aber tatsächlich noch einen weiteren Versuch wagen. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich eigentlich mal ausprobieren wollte, was wir mit der Crowbar hinbekommen. So, das haben wir ja alles schon mal gehabt. Ja, das wäre, glaube ich, wirklich deine beste Option. Wieder Retro-Room. So, jetzt probieren wir auf jeden Fall die Crowbar. Weil das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Auch in Half-Life-Move. Natürlich. Nein, ich habe Cribs. Warum haben die so viele? Also, ich meine, wir müssen ja den verwenden. Ich meine, warum nicht nur. Ich meine, haben wir unseren Diamanten. Dann können wir ja weiter gehen in unserer Karriere als... Meister voller Dieb. Es gäbe natürlich noch eine Menge mehr Fails. Ich meine, ne, wenn ihr die... Wenn ihr die sehen wollt. Gerne einen Kommentar dazu da lassen. Dann können wir natürlich auch ein paar weitere... Äh, Fail-Endings uns anschauen. Well, well. Look who finally decided to wake up. You've been quite elusive, but your skills make it worth the catch. You'll be perfect for the job. We've been having some issues with a group of thieves known as the Top Hat Clan. We know they're guilty. We just can't pin them down in crimes. You'll be going into the airship to bring them down. I don't need to remind you that we've got you on several charges. Attempting robbery. Breaking yourself out of prison. Ich hoffe, dieses Mal haben wir den richtigen Fallschirm. Hmm... Grapplingern war schon immer gut. Hörst, schweih? Müssen wir ein bisschen warten. Nö, das hat ja niemand damit gerechnet, dass wir so schnell das hinbekommen. Was ist denn mit diesem Versuch falsch? Ein Wenden? Natürlich, ist das eine Möglichkeit? Oh, ein Research Folder. Da sollten wir lieber nicht reinschauen. Oh nein, nein, nicht Civilization 5. Ach, verdammt. Ja, versuchen wir mal zu wenden. Oh, oh, da gibt's was zum Klopfen. Okay. Teleporter! Ich meine, irgendwo muss ich uns mal ins Ziel bringen. Oh. Ja. Magic Pencil. Los. Das war schmerzhaft. Ja, 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 das Zahnrad, naja. Oh, schaut mal, wer der in der Zelle ist. Retro-Clarve. Warum nicht? Ja, ja, ja. Ich meine, ich meine, wir haben Magie drauf, aber naja, einzuwürfeln ist halt echt nichts. Ich, ich, echt nicht das Beste, was dann passieren kann. Oh, so Papierform sieht sehr viel trauriger aus. Ach, damit hatten wir noch nie Probleme. Oh. Naja. Im Vergleich dann auch noch nie. Oh. Hey, Jay, stop right there. What's going on? Looks like he set off some sort of alarm. In the vault? What? He's going rogue? All right, move to Plan B. Kone reinforcements and move in. Oh, oh. Yeah, this is Jeffrey. Yeah, I got him right here, so you guys don't need to... Oh, 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 oh. Oh, da ist kurz schmerzhaft werden. Hmm. Also ich meine, Mario Kart funktioniert jetzt... Das war jetzt nicht so geplant. Aber okay. Wow. Klar, klar. Wir haben eine Superheldenlandung hingelegt. Ne, warum nicht? Ja, klar, Mann, lass uns gehen. Komm schon, Mann. Wilson, wir müssen hier rauskommen. Wir haben Chaos auf unserer fronten Türke. Wir sind nicht geplant, um zu tun, Mann. Geht. Evakuiert alle. Ich kann dich ausziehen. Oh, oh. Hm. Prototyp, warum nicht? Oh. Das könnte ungut ausgehen. Wow. Da ist er. Er hat den Rubik. Jetzt vergiss es. Wir haben einen Retreat. Oder sonst wird der Toppet-Klan Geschichte. Er hat doch... Na, nie, nie, na, nie, ja, nie. Äh. Was tust du? Hast du wirklich die Pipi mir auch so gebraucht unbedingt? Mit dem Prototyp kommen wir echt durch? Wow. Klar. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Oh, hier gibt es tatsächlich vier Enden. Probieren wir aus. Kanonenkugel? Warum nicht? Ich schaue die Zahlen, Hugh. Was denkst du? Ah, ja. Lass mich mal schauen. Geh, geh. Ich schaue ihn. Komm, rein. Es ist garantiert der Stuhl. Ich weiß, es ist der Stuhl, aber es ist mir ja gar nicht. Wir sehen, was die anderen. Oh. Ja. Ne? Kraft und Gegenkraft. Der Stuhl ist halt einfach zu gut. Stealth ist nicht unser Ding. Oh, ähm. Boost. Ja, mit der Wand konnte doch niemand rechnen. Bikes. Ja, ich glaube, wir bleiben. Stehen. Leute, das ist es. Oh, oh. Äh, das funktioniert nicht so. Gut. Ich weiß nicht, was wir mit dem Mittelfist anfangen wollen, aber okay. Ja, wir haben etwas getan. Oh nein, nein, nein. Oh, wow. Äh, naja, alternative Realitäten und so weiter. Damit konnte ja niemand rechnen, dass, ne, alternative Realitäten, ne, da hat man halt mal einen Job. Pech. Adopt. Diesmal probieren wir das auch mit den Bohnen. Und ich, ich mein, ne, die müssen funktionieren. Easy. Hey, ich weiß, das ist echt tricky mit der Karte. Da muss ich dir echt recht geben. Die sehen wahrscheinlich auch nur lächerlich aus, oder? Sie sah nicht nur lächerlich aus, aber... Rocket Jump. Klassiker. Das hat ja eben schon gut funktioniert für dich. Es ist garantiert, Herr Jojo. Hm. Oh, ja, okay, das wäre unser einziger Move. Naja. Oh. Oh. Ja. Was passiert mit dem Jojo? Hm. Naja, ne, verteidigen ist wahrscheinlich nicht unser Ding. Autofight haben wir leider nicht die Möglichkeit momentan. Also, ob die Schockwelle uns sofort tötet. Und dann kommt der einfach mit seiner Barrel Gun. Mann, das kann doch nicht sein. Magie hat uns schon einmal nicht gerettet, aber hopp. Ja, naja, pokémon hat uns schon einmal enttäuscht. Kettensäge, ne? Ja. 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 Hm. Ja. Wir entscheiden uns entweder für das Militär oder gegen das Militär. Ich glaube nicht, dass die uns helfen werden, ehrlich gesagt. Probieren wir sie auszutricksen. Natürlich, Militär, natürlich. Ich glaube, dass sie gut sind. Ich bin sicher, dass Henry ein Plan hatte. Was ist das? HENRY! Die sind gut in unserem Job. Wow, hier gibt es 60 verschiedene Fails. So, Cannonball, Grapple Gun, hatten wir schon Sticky Hand. Führt uns tatsächlich jeder Weg rein? Zero Point Energy. Au! Der ist safe, hat weh. Oh! 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 Jaaa! Jaaa! Ja, das haben wir doch schon beides! Gehen wir doch auf. Es ist gut. Oh, Christian!